So, willkommen zurück zu einem neuen Part mit mir, BowserLP. Im letzten Part haben wir den Geisterwald gemacht. Ähm, joa, dann fangen wir jetzt an. Limonadensdschungel 6. Es geht zur Neige. So, klingt so, als wenn das Spiel bald ein Ende hat, aber ich denke, hiermit sind diese, ja, Holzbalken gemeint oder was auch immer. Okay. Oh, hier ist was, cool. Aha. Hm. Das war schon mal Fail. Richtiger Fail. Nein, komm her. Oh, ein Eisblume. Eis ist immer gut. Ja, ist klar, ich bringe auch noch einen Demi Cooper hier rein oder was. Ja, genau, bringen wir die, bringen wir die Goombas um, äh, ne, Wigglers. Was? Wie soll man die kriegen? Item haben wir auch nicht. Komm, ey. Bloß nicht wieder verlieren. Los, zisch ab. Bringt uns jetzt aber trotzdem nichts. Hm. Ey, WTF, soll man das hier bekommen? Was ist das denn scheiß? Jetzt mal ehrlich. Ja, dann so. Das heißt, man muss genau diese eine Spitze treffen. Ah, super. Hier sind wieder diese dämmlichen Pflanzen. Und ihre komischen Bällen. Oh. Hier kann man dann die Cooper-Fatzer benutzen. Mann, ey, was... Oh. Ich mag das Level nicht. Komm her. Wieder die Eisblume. Wie cool. Zisch ab. Okay, nochmal probieren. Zum dritten Mal. Oh, dachte schon. Hä, hä, hä. Hm. So langsam kann ich's. Wo? Ey, nicht so weit im Wasser. Brühe da unten. Komm, mach deine scheiß Kugel runter, oder was auch immer. Los, hol die Starcoin. Mann. Oh, ja, haha. Wie soll man die... Wie soll man die jetzt... Komm, bitteschön. Naja, ihr müsst auf jeden Fall... Ähm, das mit dem Cooper-Panzer machen. Ansonsten bekommt ihr die nicht. Nein, was mache ich? Naja. Okay, aber wir bekommen ein Up. Und der Wiggler ist gerade ziemlich giftig. Oh, die Dinger drehen sich. Okay. Ein Stern. Nein, ein Up. Kann man nicht rein. Kann man auch nicht rein. Hier kommen aber rein. Cool. Und wo geht's hin? Äh, okay. Scheiße. Jetzt bekommen wir noch nicht mal die Starcoin. Was ist das für eine Verarsche? Ach, Mann. Dann geh ich da eben nochmal rein. Ich hoffe, das geht. Ja, aber wir bekommen die Starcoin. Oh, was ist... Man... Super Nintendo. Man bekommt sie nicht mehr. Klasse. Boah, du dämliche Pflanze. Geh dich schämen. Du mit dem blöden... Keine Ahnung. Baldapf. Weiß ich. Eigentlich müsste ich mich jetzt schämen. Dafür hatte ich die... Starcoins nicht bekommen. Aber weil die so einfach sind... Na ja. Das Level wäre mit... Super Eichel wesentlich einfacher. Dann werde ich die Starcoins... Nachholen. Ihr wisst ja jetzt, wo die sind. Oh, Friedler. Ach so, wir müssen hier dann drauf reiten. Okay. Oh. Ey. Ja, komm. Danke. Schneller. Schneller, schneller, schneller. Schneller. Komm, schneller. Danke. Ach, Mann. Mein Gamepad ist leer. Wow. Das war klar, 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 das ist einfach nur klar. Hier komm ich jetzt nicht hoch, ach so. Dann, ja, muss ich mal eben kurz anschließen. Sorry dafür. Sonst. Wenn es jetzt ein bisschen... kracht. Okay. Okay. Ähm. Okay. 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 Eine, war schon. Wie das jetzt Mario vs. Donkey Kong oder was? Ach so. Ey, die wandert. Hm, okay. Naja. Oh, und den Wickler müssen wir den Weg freimachen. Komm, lauf. Oh, du blöder Koopa, geh dich schämen. Scheiße, der Wickler rottet ab. Scheiße. Äh... Hm. Der... Stopp ist jetzt ich. Geh weg. So, Koopa. Ein alter... Geh her, die Super-Eichel. Oh. Geh weg. Geh weg. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ah. Ja. Wow. Ach, man. Wieso verkacke ich jetzt immer? Ach. Hm. Hm. Na, geh weg geh weg. Gumba, geh weg. Äh, Wegler. Ich verwechsel schon alles. Ist da hoch und hepp. Und wieder die Super-Eichel. Klasse. Ja, komm Wegler, du Scheiße. Hast du jetzt da vorne. Du machst mich wütend, ich mach dich wütend. Und jetzt sollten wir uns schnell auf diesen Pilz retten. Und zwar dann. Und uns irgendwie die Starkwein holen. Achso. Wieder auf Wegler drauf latschen. Und hepp. Bin ja der Ansicht, dass hier was ist, aber... Hm, ja. Aber, okay. Mario Time. So. Und wir haben alle Starkweins. Bis auf das eine Wirbel. Äh, okay. Und das Schloss Igis heiße Sohlenfestung. Also... Ähm, ja. Darf man wellen. Heiße Füße. Die Öpast. Aber, was ich besonders cool finde, ist... Die Eisblume. Wenn die Pass dazu wohnt. Tschüss. Wie, das geht? Äh. Okay, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Weg, weg, weg. Hoch, hoch, hoch. Komm. Okay, ich dachte, die gehen da kaputt. Okay. Nein. Scheiße. Hoch, hoch, hoch. Komm, 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 komm. Schneller, 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 schneller. Hoch, hoch, hoch. Ach, 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 wie soll man denn hier die Starkweins kriegen? Ja, witzig. Wow, das war knapp. Okay, das ist... Ich geh jetzt lieber weg. Oh. Jetzt bloß nicht rosafallen. Jetzt hab ich ein Problem. Oh, ein Kickfunk. Oh, wo man wo schminken kann. Aber in die Röhre will ich rein. Was wahrscheinlich die falsche war, genau. Oh, stier. Das heißt... Das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Nein, das war keine gute Idee. Oh, 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 komm. Nepp. Wie komm ich denn da dran, verdammt. Ich geh halt hier nochmal rein. Hm. Komm, der Knochen trocken muss hier sein. Yeah. Und dann eben so. Das heißt... Das Eis ist durchaus nützlich. Und dann den Powerblock schnacken und wumm. Und Nützregen. So, dann wird die zweite Starkweins. Und genau 50 Münzen. Hm. Aber wir haben schon 99 Leben. Oh. Geh weg. Mag dich nicht, Lapperwelle. Äh... Okay. Äh, das ist nicht gut. Das ist keine gute Idee. Weg, 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 weg. Komm. Oh. Schneller. WTF. Okay, im richtigen Moment. Und jetzt springen. Und... Okay, das ist gefährlich. Aha. Äh, jetzt mal den richtigen Moment abwarten. Nein. Das darf nicht wahr sein. Jetzt müssen wir... Oh, Mann. So, ich muss jetzt mal ein Item. Mehr. Geh weg. Scheiße. Und wir können jetzt eigentlich die... Eisblume gebrochen, die wir jetzt nicht haben. Sorry. Geh nach Mikrofon bekommen. Schon wieder mal. Hm. Münze kriegen. Unmöglich. Wow. Keine... Ich kriege auch heute nichts gebannt. Oh, oh, oh. Stern bringt mir auch nichts. Wenn ich in Lava komme, ist ich auch tot. Oder kann ich mir von Dava noch was holen? Nein, das bringt... Nichts. Absolut nichts. Hey, das Ende ist... Scheiße. Richtig. Scheiße. Ich brauche ein Item, sonst schaffe ich das nicht. Ich hasse Iggy. Die olle Palmfrisur. Tja, die zweite Starcoin werde ich dann wohl nicht mehr kriegen. Viele fahren die scheiß Plafon mal so weit runter. Das war jetzt Glück. Problem. Das war jetzt aber. Das war jetzt. Das ist echt mies mit dem Knochen trocken hier. Das ist echt mies mit dem Knochen trocken hier. Puh. Jetzt ist wahrscheinlich hier noch ein Item. Natürlich war das Falsche. Aber ihr habt ja gesehen, wie wir die Starcoin bekommen. Und jetzt müssen wir Mr. Verrückt besiegen. Die Brille und die Frisur deuten auf jeden Fall schon mal darauf hin. Ja, und das auch. Der ist ein bisschen viel rückgeknallt, der Typ. Das ist auch scheiße. Mord, da. Hau ab, hau ab, hau ab. Arsch. Nein, bleib hier. Spannend. Oh. Hey. Oh. Was, Dom? Oh, ich hasse das. Verderst du, der verdammt schnell ist, ja. Stirb. Oh. Ach, scheiße. Geh weg. Oh, nee. Nein. Scheiße. Jetzt rennert nicht so schnell und sparen. Stirb. Das war knapp. Krass. Das ist schwer. Und Iggy. Ich sag ein Wort. Geh. Sterben. Guter Junge. Okay. Im nächsten Part machen wir dann Feld 6. Und gucken uns die Welt mal an. Jo. Dann. Bis denn. Euer. Bowser. LP.